iron habe ich hier ach finger weg brauchst du nicht machen ok dann mach du, kümmer du dich mal drum oh ein billion nice iron iron brauchst du natürlich jetzt massenweise davon ne iron iron und ferrwurst so 30 stück jetzt willst du nur 9 schmelzen oder so oder mach mal euch alle ich schmelze hier alles gerade zurecht du machst das einfach alles rein zum schmelzen quick ich hab ja gesagt ich mach erstmal aus allen blöcke quicksilver eieiei silber das irgendwie rührend passt dass sonst viel zu viel Platz verschwenden ist warte ok dann mach du da mal weiter dann kümmere ich mich jetzt mal um den helium krypton ok ok schmeiß ich den zweiten nesaster da mal rein so die blöcke die da drin sind haben wir schon mhm so so ok ah helium kommt jetzt bäh bäh und hier wieder kein Platz im Moment, wie immer wie immer wie man das auch immer kennt mhm und hepp hepp heppoh 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 snack ja ja das ist schön voll helium 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 ist voll neon arg zion ok heli metalle schau mal nach Bienen einmal kurz später wir haben jetzt hast du schon mal auf die real life uhr geguckt das wir schon mal wieder kurz nach 12 haben und ich habe nichts gesauf mehr hier ich musste dann auch schnell was zu trinken holen ja äh.. kannst du mal beim questbuch bei dir schauen nein und bei genetic labor reingehen nein wie weit du bei den honey drops bist, ob du die honey drops auch schon hast Die einfachen. Kann ich grad nicht. Sonst brauch ich die anderen nicht machen. Gesundheit. Okay, du guckst gleich. Und ich hol mir im Wasser was zu laufen. Bis gleich. Ehrlich nicht, was er meint. So. Da ist noch viel zu viel drin. Einiges müssen wir auf jeden Fall noch besorgen gehen. So. 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 Du hast bestimmt nicht geschaut, wie ich dich kenne. An die Drops? Welche denn? Die einfachen. Ja, die hab ich. Die ist completed mit dir. Okay. Jetzt kommt die nächste. Die müsste jetzt auch manual detect sein. Die rechte Cyan. Kann ich grad nicht gucken. Okay. Aber die hätte ich jetzt auch schon mal. Ja. Machen wir mal so. Dann nehmen wir mal die 5 E raus. Dann nehmen wir mal die 5 E raus. Okay. No error. Okay. Komisch. Ach, das war mal was. So. Ähm. Ja. Platinum Block und Silber Block fehlt noch. Schwarz. Schwarz. Graue. 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 Grüne. Magenta. Da. Wo hab ich denn die Bienen? Sind die noch hier unten drin? Wollen wir mal, dass wir Platinum auch haben. Grau. Lichtgrau. Hm? Ich quatsche mir selber gerade. Lichtgrau oder Grau. Wir fangen mit Lichtgrau an. Da hab ich noch welche von. Ach. Fick die da. Nein. Nehmen wir mal. Wie ist Block lockt? Gib her. Muss ich jetzt eins aufbauen hier? Ach man, warum ist der Block denn jetzt lockt hier? Endlich. Wie könnte man den nochmal endlocken? Weißt du das? Nein. Oder hier die Kiste? Ja. Nein, wir Skype drücken und dann nochmal draufklicken. Oder Shift, äh, Rechtsklick. Muss wir probieren. End, ja. In den End müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Also zerstöre ich jetzt einfach, dass ich das Ding hier nicht sprechen will? Jetzt geht's oder was? Für das Ding. In der, ja. Dann jetzt nochmal. Okay, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Äh, Graue. Die ist gelbe. Und die 13 Stück. Machen wir mal. Ja. Warte mal, sollen die sich erstmal da fortpflanzen? Wann machen wir hier eine Fortpflanzung von denen? Da tatsächlich nochmal shiny dust. Und... Ja.. Amen! gesegnet seid jeder von euch ja und meine röpser haben wir auch dann kann die quest weitergehen better advanced okay advanced mutan mutan dafür braucht ach du scheiße genau machen wir das noch mal kann man das zeug noch mal auspumpen das schocken ein empfindlicher junge hallo das mädchen und sie geht es ach du scheiße 16 mal bronze ich brauche jetzt 16 mal bronze und firma copper war jung bereits ganz viel material wieder so nicht alles im momentar behalten ich habe hier schon hinter hinter hast du das nein das ist rausgenommen oder das war für den tesser wagner was hier unten in der mittelkiste war ja muss doch nur ein blog herstellen ich kann die doch hier auseinandernein lassen dann stellen unten in der mache ich neues für mehr brauche ich die nämlich gar nicht ach du scheiße ich brauche acht diamanten ach du scheiße was brauche ich denn noch enderpellen zwei stück aus dem bin ich auch gerade dabei wieder welche herzustellen 16 32 bronze brauche ich okay strom ist ja noch genug strom drin ender die zwei drei vier oder waren das weniger hier sind noch drei ender buckets drin gewesen ja ja sulfur polver ice cold redstone red ja völlig bronze sulfur gold blackboards pistons sagen okay aber alles nicht so offen das zentos mir hinten bronx reingelegt hat was das alles rausgenommen ich brauche jetzt brauche ich brauche zehn kopf